Du mit deiner Feder da. Jetzt. Hm. Gut, okay, dann gehe ich jetzt hier hoch. Los, mach das. Ja, das wäre ärgerlich gewesen, wenn ich den jetzt nicht geholt hätte. Voll lauter doof. Naja, gut, ich habe mir zum Glück noch. Ähm. Hier. Irgendwas. Gut, dann gehen wir halt jetzt mal hier rein. Und hoffen, wir können noch mal zurück. Ah, gut, jetzt erstmal da. Schön gruselig irgendwie da gerade. Komm irgendwie nicht drauf klar. Ich finde das echt gruselig. Ich frage mich auch schon wieder, warum das einfach kein Level jetzt schon wieder ist. Es ist toll, dadurch macht es das Spiel total lang und alles. Aber es ist schon, weiß nicht, merkwürdig. Okay, da haben wir dann also so eine Geheimgangstür. Lass mal hier den ganzen Krempel hier kaputt machen. So. Den Stuhl hier. Ja, lauter Punkte. Erstmal Bücher umschmeißen. Echt mal ekelhaft. Bücher, ey, wer braucht das schon? So. Wild umherschießen. Los. So. Ah. So. Hier noch. Oh, jetzt haben wir es ein bisschen heller. Das ist schön. Und das da. Äh, das habe ich eigentlich gar nicht aufgehoben. Ich weiß gar nicht. Jetzt erstmal hier zusammenbauen. Den ganzen Kram. Ich weiß nämlich noch gar nicht, was das soll. Wahrscheinlich müssen wir das irgendwie gleich zusammenbauen. Hier haben wir das Zeug. Ah. Arthur, zerrissener Anzug. Schön. Danke, danke, danke. Ähm. Das können wir wahrscheinlich nicht bedienen, oder? Ja, das kann doch nur Hermine, glaube ich. Ja gut, dann macht das hier. Jetzt haben wir hier auch ein Lichtchen. Jetzt ist uns ein Licht aufgegangen. Und hier. So, haben wir jetzt alles? Nee, ich glaube, ein paar Dinge müssen wir immer noch machen. Und da hochkommen. Ja, schön. Ah, okay, jetzt können wir das gleich aufmachen. So. Hier und hier. Okay, da muss ich schwarze Margie beherrschen. Aber es gibt hier immer noch so voll viel irgendwie. Ich weiß nicht. Hier, so. Ah. Hier. Äh, nee. Los. Ah, okay. So. Und jetzt das da? Wie mache ich das? Muss das auch da irgendwie hin? Okay. Aber was das sein soll, weiß ich nicht. So, dann mach doch mal das auf. Okay. Haben wir jetzt einiges an Punkten noch. Und das da oben. Bin ich mal gespannt, was das jetzt sein soll. Hier. Ah, nee. Ich habe ja immer noch... Ich hätte ja nach wie vor gerne diese... Dieses... Letzte... Puzzlestück da draußen. Oder kann ich das erst holen, wenn ich das durchgespielt habe schon? Aber das verstehe ich nicht. Müsst du doch irgendwie gehen. Ach, die Spinne kaputt. Hm. Ich gehe jetzt nochmal raus und schaue. Weil ich habe die... Das Gefühl, dass wenn ich das große Ding jetzt starte... ...dass ich dann... ...irgendwie nicht mehr dazu komme. Dass ich das mache. Also, ihr wisst schon. Wie mache ich das denn? Blauer Zauber. Vielleicht kannst du was machen. Hä? Es fehlt das Rote. So. Das muss doch irgendwie gehen. Irgendwie muss ich da hoch. Irgendwie muss das gehen. Irgendwie. 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 Irgendwas muss ich übersehen haben. Nur was. Nur Punkte. So. Hm, 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 hm. Ja, das war doof. Ha. Da oben sind nur Punkte. Kommt. Das muss doch irgendwie hier gehen. Hier. Das muss doch irgendwie hier sein. Es fehlt doch auch Gryffindor. Oder? Mensch. Das nervt mich. Nein. Ich will es haben. Hm. Vielleicht hier. Nein. Kann ich mich nicht in irgendwas verwandeln? Mann. Schade. Blöde Sache. Bestimmt kriege ich das Ding, wenn ich irgendwie mit irgendeinem blöden Tier spiele. Also da. Ach ne. Das sollte ich nicht runterspringen. Hm. Ach man, no. Ich will das. Lärf mich. Lärf mich wirklich richtig an. Das doofen Kasterl habe ich auch nicht. Lärf mich. Ach man. Gut. Dann gehen wir jetzt nach da hinten. Hier irgendwo. Mann. Ich dachte jetzt vielleicht, da fällt was runter. Hm. Hier in dem Käfig oder so. Mann, 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 Mann. Bestimmt was total doofes, das ich übersehe. Los, das da. Nein. Ja, genau. Das will ich. Fall da runter. Blödes Gerät. Und zusammenbauen. Ah, da hinten ist jetzt auch eine Spinne. Ach, egal. Komm. Mensch. Nervt mich das. So, Weasley Kiss. Reingeschaltet. Ja, ja, ja. Hm. 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 Ha. Ha. Ah! 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 Yay! Schön! Gut, dann gehen wir mal weiter. Düt, 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 düt. Oh, die sind ja süß, diese Dinger. Ja, erstmal kaputt machen. Äh, haben wir jetzt diese Weasley-Dinger? Nee. Sind hier irgendwo Weasley-Kisten? Hier so? Ah, da haben wir eine. Sind da jetzt so saugnappschuht? Ey! Nur Weasleys können. Ach so. Okay, dann komm mal her, Ron. Cool. Saugnappschuhe. Plopp, plopp, plopp. So. Äh, dann mach das mal. Okay. Das dann noch? Los. Und was kann ich hier? Kann ich nichts machen? Schade. Und Flamme. Schön. Und Flamme. Okay. Nachspielen wir mal mit Ron. So. So. Okay. Dann gehen wir mal hier runter. Schauen, wo der Geist sich schon wieder rumtreibt. Der Geist wird schon wieder irgendwo rum. So. Hier hoch. Na. Na. Was geht jetzt? Da rein. Na los. Na los. Da los. Okay. Hier haben wir schon wieder eine Woosleybox. Schauen wir mal. Ah, schön. Was ist das? Okay. Da oben ist so ein blauer... Dings. Ah. Können wir jetzt da hoch? Cool. Yay. Das ist ja mal cool. Also diese Woosleykisten finde ich toll. Ein paar Punkte. Cool. Und nur Ron kann das. Ist auch mal schön, dass Ron mal was kann, was die anderen nicht können. Oder? Finde ich. Schauen wir mal, wie weit kann man da gehen? Aua. So. Okay. Nein. Da wollte ich noch nicht hin. Ach, egal. Lada. 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 Oh man. So. Jetzt versuche ich. Mach ich mal ein Bild von dem Bildschirm. Den ganz... So. Und tu das mal twittern. Voll cool, ey. Weasley! Lada. Naja. Atmeld. Opa. Ja. Was hat der wohl. Lada. Lada. Oh mera. Was hat der wohl? Hör! Oh mera! Hör! 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 Da würde ich mich wohlfühlen. In dem Kätzchenzimmer. Ich will da rein. Ich will da spielen. Bitte lasst mich da rein. Bitte, ich will da rein. Stopp. Stopp. Ich will da rein.